Mama findet auch lecker hey leute willkommen zurück auf meinem kanal heute möchte ich euch ein dm paket mit euch zusammen auspacken und das habe ich schon von der ganzen weile bekommen ich habe es allerdings nicht geschafft aus krankheitsgründen dieses päckchen zu feuer auszupacken aber ich bin schon echt mega gespannt ich hab's schon mit euch aufgerissen und zwar sieht das ganze so aus wenn man es kriegt in diesem fall wie ihr jetzt gesehen habt sollte mein kind daran haben spaß zu testen ich werde trotzdem die produkte einmal probieren um euch zu sagen wie ich sie finde und dann werde ich euch immer noch mal einblenden ich versuche es vielleicht zu filmen wenn mein kleiner es zulässt wie er die produkte findet weil es sind wie gesagt ein paar produkte für ihn mit bei so als allererstes und das passt ja denn ihr wisst ihr ich liebe tees und ich habe ja schon in meinem letzten video erwähnt gehabt dass ich tees über alles liebe und hier ist ein babytee früchte aufgussbeutel ab dem vierten monat ohne zucker zusatz und das finde ich richtig gut weil in den meisten kindertees ist leider so ein bisschen zucker mit drin vor allem gerade in diesen krümeltees die man bei rossmann und dm bekommt von ich habe die firma vergessen auf jeden fall bibi lauf hat eben auch solche so versprochener teetest biotee biobabytee früchte zieht seit fünf bis acht minuten ja also probieren wir das mal also mein geschmack ist er ehrlich gesagt nicht dass der erste tee den ich nicht so gern mag aber gut es ist ja ein kindertee vielleicht schmeckt sie den kindern besser also für mich nein ich bin glaube ich eher der kräuter tee mensch früchte ist nicht so meins dann die bio maisbärchen das fand ich richtig cool weil wir lieben auch die maiswaffeln und auch also wir essen allgemein sehr gerne in der familie diese maiswaffeln und reiswaffeln deswegen werde ich jetzt gleich mal probieren ganz praktisch ich weiß nicht ob das schon immer so war hier ist noch mal so ein kleber zum verschließen was schon mal super ist lecker die sehen so aus ganz ganz klein und richtig richtig lecker haben so ein bisschen was von popcorn logisch ist ja meist auf jeden fall sehr sehr gut finde ich sehr 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 lecker ich hoffe mein kind macht sie auch ansonsten sind meine muss ich ja mal so gestehen die würde ich echt als nächstes auch so zu mir nehmen weil ohne zucker ohne salzzusatz finde ich richtig richtig gut mal gucken was mein kind dazu sagt ich hoffe er findet es genauso lecker wie ich ansonsten ist meins und dann etwas wo ich mich richtig 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 freue und zwar bio mini datteln konfekt wow wie geiles das klingt jetzt voll gefakt aber ich liebe datteln und gerade weil ich weight watchers machen eben nicht viele süßigkeiten essen kann oh mein gott ja wo kriege ich das jetzt auch ach hier steht drauf sogar extra für leute wie mich hier öffnen und auch hier ist übrigens wieder ein kleber dabei die sehen so aus ich weiß nicht ob ich die mein kind gebe ne wo sind die lecker ok muss unbedingt gucken wie viele punkte die haben oh mein gott sind sie gut das wäre sogar der perfekte snack für unterwegs wenn man auf arbeit ist oder so und ein heiß hieber hat auch was süßes dass man die dann essen kann weil datteln sind die allgemein immer sehr gesund also sind halt ein natürliches süßungsmittel sagen wir es eher so und wenn die jetzt auch noch wenig punkte hätten dann würde ich mir die tatsächlich nachkaufen denn ich liebe kokoschnuss und ich liebe datteln man kann die sich auch selbst machen ich kann ja mal nach einem rezept gucken und wenn ich eins gefunden habe werde ich euch das mal unten verlinken so jetzt das letzte zu essen und zwar ist das dieses porridge kinder porridge mit zarten apfeln und pfirsichnote ohne milch und zucker zusatz was richtig gut ist weil ich weiß ja nicht ob ihr das schon wusstet ich bin ja laktoseintolerant und mein sohn auch so ein bisschen und dementsprechend versuchen wir auf milchprodukte zu verzichten klar ist es nicht ganz einfach weil es nur um schokolade oder so geht aber da muss man dann halt ein bisschen reduzieren er hat es halt noch nicht so ausgeprägt wie ich so man kann hier jetzt voll mich dazugeben und das ist sehr gut weil man kann halt auch dann pflanzen milch oder eben laktosefreie milch mit rein machen finde ich richtig richtig gut wenn er es nicht mag werde ich es wieder essen das ist immer so eine sache also alle produkte hier würde ich auch so essen ich kann natürlich jetzt nicht sagen wie das schmeckt ich werde euch aber wie gesagt versuchen da kurze videos zu machen was mein sohn so mag und euch da noch mal kurz zu sagen wie er es denn findet vielleicht macht das auch selbst ich weiß nicht ob er Lust dazu hat und jetzt ein produkt für mich beziehungsweise für alle muttis die ich auch so cool ich wollte es zum teil immer haben habe es mir nie gekauft weil keine ahnung habe es halt nie gekauft und zwar ist das hier so ein kinderwagen baggie organizer was richtig richtig cool ist ich weiß zwar nicht ob ich ihn behalten werde für mich oder ob ich ihm meiner freundin schenken werde die jetzt gerade schwanger ist zur anwendung man befestigt sie den organizer mit praktischen klettverschlüssen flexibel an kinderwagen sportwagen baggie einkaufswagen mit übersichtlicher innen aufteilung sehr gut weil ich bin eine absolute chaos queen mit taschen würde mein freund wahrscheinlich jetzt gleich bestätigen wollen mach es nicht so ihr lieben das war's jetzt mit dem video der karton ist leer ich hoffe euch hat das video gefallen wenn das so sein sollte würde ich mich natürlich über einen daumen nach oben freuen und falls ihr noch nicht abonnent sein solltet dann freue ich mich auch darüber wenn ihr den abonnierbutton unten klicken würdet dann verpassen wir auch keine videos mehr zusammen und hier drüben verlinke ich euch meine letzten zwei videos da könnt ihr draufklicken und auch dann wenn ihr noch nicht genug haben solltet von mir draufklicken und euch diese videos anschauen auch da habe ich ein paar produkttests oder vlogs von mir mit weight watchers also wenn ihr wirklich lust drauf habt dann klickt drauf und ich würde mich wahnsinnig freuen wenn ihr auch da ein kleines daumen nach oben oder ein kommentar hinterlassen würde dass ich weiß dass euch dieses video gefallen hat also ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne woche ich hoffe wir sehen uns nächsten montag wieder wenn ich wieder ein neues video für euch hochladen und bis dahin habt eine schöne woche sowie und kör und auch Ě